Wir haben ein neues Videoformat und zwar werden wir es jetzt so machen, dass wir mal die For You Pages von unserem Viewer angucken, okay? Mal gucken, wie eure For You Page aussieht. Ich hoffe, dass sie nicht allzu schlimm ist und vielleicht gucken wir auch mal ein oder anderen Likes rein oder Favoriten oder sonst was. Mal gucken, was für Schlawiner ihr seid, okay? Deswegen, let's go. Ich weiß ja schon, was Sache ist auf denen. Ich muss jetzt auf denen nicht unbedingt noch was erklären, oder? Nein. Ja, okay, okay, gut. Was sagst du? Oder wie willst du deine For You Page selber beschreiben so auf denen? Ist die mehr diese Lust auf lustig angelegt oder ist die mehr freaky oder was willst du sagen? Sei ehrlich. Gemischt, glaube ich. Gemischt? Ja. Okay, okay. Gut, du weißt, ne? Das, was auf deiner For You Page kommt, ist das, was du auch likest, ne? Ich will keine Ausreden dann hören und so, ne? So, mach mal ne Video, ähm, Bildchenfreigabe, okay? Okay, warte. Okay, easy, easy, easy. Okay, Cornell, mein Bruder. Ähm, dann würde ich nur sagen, fang wir einfach mal an, dass du einfach mal auf, äh, TikTok gehst, ja? Ja? So, gut. Okay, dann scroll mal durch. Okay, kann es weitergehen? Wow! Warte, 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 geh mal kurz zurück, 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 ey, also, wow, warte, 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 geh mal kurz zurück, 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 geh mal kurz zurück Nein, 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 geh mal zurück, geh mal zurück, nein, 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 geh mal zurück, geh mal zurück, na, bro, na, ey, na, bro ist horny, ey, schon wieder irgendeine Frau in der Küche, die ihren Arsch zeigt, na, what? Ich wurde als schwarzes Kind von weißen Eltern geboren, mein Vater glaubte, meine Mutter ginge ihm fremd, du bist ein Hure, was redest du denn? Bro, was lieb, was ist auf deiner Frau, juuuuh, mein Vater hat kein Wort meiner Mutter gehört. Na, okay, skipp dich, bro, what the fuck, dann, dann geh mal, geh mal auf, ähm, gelikte Sachen. Okay, dann sehe ich aber auch die meisten Sachen im Edit, äh, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, geh mal hoch, 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 was war das da um rechts? Ja, okay, 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 ja, der Vater kann, okay, 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 geh mal ein bisschen runter, runter, runter. Er hat ein, du hast ein zweiter Code? Na, okay, jetzt bin ich gespannt, jetzt bin ich gespannt. Na, okay, okay, geh mal hoch, geh mal hoch, geh mal hoch, geh mal hoch, ja. Na, okay, okay, geh auf dein Profil. Nein, 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 nein Likes. Wir müssen uns nicht alles angucken, aber du gehst einfach mal auf deine Likes. Okay? Okay. Im Favorit ist schon mal nichts, aber jetzt auf deine Likes. Geh mal auf deine Likes! Da ist was! Da ist was! Geh mal auf deine Likes! Geh mal auf deine Likes! Ja! Das ist crazy! Bro ist horny, Bros und Diebe, Tom! Ja, okay. Wer ist jetzt der Nächste? Wer ist jetzt der Nächste, der reinkommt? Jetzt sehe ich, jetzt sehe ich. Moment. Okay, 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 okay. Okay, gut. Dann fangen wir, oder warte mal, fangen wir erst mal mit der ersten Frage an. Wie würdest du deine For You-Page beschreiben? Ist die mehr so dieses Freaky-mäßige? Schwarzer Humor? Ja. Okay, also wir werden jetzt keine Frau finden, die mit den Ass shakt oder sonst irgendwas sagst du. Mal gucken. Okay, okay, komm. Die ganze Welt schaut gerade drauf, was sich in Frankreich macht. The best way to invest is by copying smart people. Bro, der hat ja eine ganz einfache For You-Page. What the f***. Fangen wir erst mal mit Favoriten an. Fangen wir erst mal mit Favoriten an. Komm. Was ist los? Alles gut. Nichts. Alles gut. Okay, okay. Muss ich? Ja? Geh mal mit Favoriten, wenn du dich schon so fragst. Zeig mal. Ich weiß nicht, was ich ja jetzt abgespeichert habe. Ja, ja, wir gucken einfach. Wir gucken einfach. Wir gucken einfach. Wir gucken einfach. Okay, okay. Ja, kannst du einfach langsam hochscrollen und dann gucke ich einfach. W-Wa-Wa- Der hot- Warte, warte, warte. Der hot- Der hot- Der hot- Tiktoker? Warte! Geh mal! Geh mal da drauf! Geh mal auf der hot- Tiktoker drauf! Genau da drauf, genau. Da, da, genau. Bro, what? Okay, okay. Kannst du wieder runtergehen? Kannst du wieder langsam runterscrollen? Genau, schön langsam. Schön langsam, Bruder! Renn dich, renn dich. Schön langsam. Wir gucken uns gemeinsam durch. Schauen wir mal, was da alles ist. Äh, warte, warte. Was ist das da mit der Frau? Warte! Hoch! War nix. Warte! Geh mal! Geh mal zurück! Was war... Na! Na! Warte, du hast gesagt, du hast doch einen zweiten Account, oder nicht? Ja. Okay, komm, gucken wir uns mal deinen zweiten Account da. Wir gehen auf deine Likes. Hier, hier... Hier scheinst du ja aktiv... Warte, wir gehen auf deine Likes, 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 Likes. Nein, 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 nein. Alles gut. Warte, 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 wie? Nein, 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 was ist da los? Ja, wir gucken uns deine Likes, Mann. Alles gut, alles gut. Nein, 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 gib auf deine Likes, gib auf deine Likes. Wir gucken uns das an, wir gucken uns das an. Nein, 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 alles gut, alles gut, ja, richtig, alles gut. Alles gut, alles gut, alles gut. Nein, muss man vor, um zu verstecken. Japan. Er ist rausgegangen, was hat er zu verstecken, Chad? Ja, hallo? Ja, du musst nochmal den Stream starten. Abgemacht. Jetzt, jetzt, okay. Okay, geh nochmal auf TikTok. Okay, und geh mal auf deine Accounts. Na, ey, Chad, das ist ein W-Supporter. Guckt euch mal an, wie seine anderen Akkords heißen. Leroy jetzt suscriben. Alle Leroy zu subscribe. So, Team VR ist doch da. Da bist du ein Chat an Deiner, Mann. Da bist du ein Chat an Deiner, Mann. Ey, Deiner, das ist richtig stark. Das ist richtig stark, richtig stark. Guck mal, du kriegst hier gerade die ganzen Dombies. Das ist stark. Ich hab mir schon gedacht, so, hä, was ist das? So, ey. Erste Frage vorweg. Also, in der Zeit kannst du dein Bildschirm schon mal teilen. Wie würdest du deine For You beschreiben? Gut, VR ist für real. Also, es ist ehrlich crazy. Manchmal ehrlich. Aber manchmal auch in Ordnung, finde ich. Okay, 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 alles klar, alles klar. Okay, gut, dann mach ein Bildschirmübertragung an und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Okay, okay, fangen wir bei dir auf Discord erst mal an, ja? Gut, schauen wir uns mal an, auf was ist selber, wenn du so bist, okay? Okay, okay, okay. Wow, 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 wow Was soll ich sagen? Also ich hoffe, ein YouTuber kommt, könnte gebannt werden. Okay, gut. Fangen wir damit an, dass du auf deine Favoriten gehst. Ich glaube, gelagte wären besser. Also bei den Favoriten mache ich fast gar nicht gelagten. Bist du sicher? Ja, ja. Nein, okay, nein. Ich stehe immer auf Favoriten gehst. Wir gucken einfach. Wenn es langweilig geht, ist es langweilig. Wir gucken einfach. Warte. 24.000,8 geligte Sachen? Nee, das sind Favoriten. Ja, ich meine Favoriten. Bro, what? Favorisierte Videos. Bro, du bist ja TikTok-King, Digger. Okay, okay. Sieht clean aus. Sieht clean aus. Okay, gehen wir auf geligte Sachen. Jetzt, ich warte, bis das ein bisschen bei Delete und dann... Mhm. Na, warte mal. Na, warte mal. Nein. Na, was? Bruder, das ist Roblox. Na, geh auf die Videos drauf. Geh auf die Videos drauf. Na, bro. Geh auf die... Bro, what? What? So, du gehst jetzt auf dieses Roblox, was auch immer das ist. Das erste, links. Warum willst du das sehen? Bro, der Roblox. Okay, raus. 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 Okay. So. Jetzt das nächste Was? Du, Mann, na! Waaah, na, 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 na Na, Zoe, erklär mir das Warte, Zoe Du bist doch Moslem, oder nicht? Ja Bruder, ich hoffe, dass diese Ramadhan Dein Kopf cleart, Bro Dass du auf solche Gedanken nicht mehr kommst Bro, what? Na, 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 na Das ist crazy Liken, kommentieren, abonnieren Bei 400 Likes kriegt ihr ein paar zwei Bro